Die Team wird raus auf die 16er Kante. Castro ist komplett alleine. Schlechte Ballannahme. Nächste Ecke nach außen. Nächste Ecke nach außen. Wir spielen gegen den FC Augsburg. Die beiden simuliert das Spiel gegen Hoffenheim gespielt. Und wir haben den Transfer Deadline ja auch noch in dieser Episode. Das heißt, es wird richtig spannend. Beziehungsweise gut, bis zum 30. August. Damit ich eventuell noch irgendwelche Anregungen und Wünsche ab 31. August dann erfüllen kann. Nach der Senderspielpause. Und zwar spielen wir dann mit der Türkei gegen Wales und gegen Nordirland. Dann spielen wir gegen die Hertha. Dann spielen wir gegen Frankfurt. Und dann das Topspiel gegen Gladbach. Würde ebenfalls wieder gespielt werden. Das heißt, auch da wieder vier Spiele simuliert und ein Spiel gespielt. Vielleicht machen wir noch Darmstadt, je nachdem. Und dann kommt schon die Special Episode. Und in der gibt es diesen ganzen Monat hier. Mit den beiden Topspielen gegen Schalke und gegen Leverkusen. Und das Pokalspiel in einer Episode. Die wird richtig lang und richtig nice. Wenn es euch heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. 1000 Likes werden wie immer richtig nice. Ich weiß, ihr packt das. Ihr habt das drauf. Und die letzten Episoden kamen so nass bei euch an. Und ich hoffe, diese natürlich wieder auch. Ich werfe wieder eure Wünsche in die Tat umsetzen. Wir haben einen richtig geilen Kader. Und normalerweise müssten wir jetzt gerade gegen die TSG 1899 Hoffenheim richtig, richtig dominieren. Ich bin gespannt, wie das Ganze laufen wird. In der Videobeschreibung ist ein Link zu IG Vault. Könnt ihr auch rauschecken. Rabatt Comax Gaming TV. Bekommt ihr 6% auf eure Bestellung. Unterstützt mich damit. Würde mich tierisch überfreuen. Instagram und Twitter sind da auch. Da habe ich jetzt letztens ja auch schon wegen dem Dortmund-Karrieremodus nachgefragt. Das heißt, auch da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. Und dann würde ich sagen, schnack mal hier länger nur rum. Sondern gehen mal zum Spieltag gegen die TSG. Wir haben ein Angebot und zwar für Patrick Fritsch. Und den leihen wir natürlich aus dem 17-jährigen Innenverteidiger. Und zwar an Don Caster. Nice. Raja Naingulan wechselt übrigens zu unserem anderen Karrieremodus im Team. Und zwar zu Liverpool. Ich kann es immer wieder sagen. Karrieremodus macht so viel mehr Bock als Ultimate Team. Es ist unfassbar. Und wir haben ein Angebot für Wissam Benjeda und zwar von Swansea. Aber das natürlich gar nicht in dem Bereich, wo wir ihn ansatzweise verkaufen würden. Das erste Spiel der Saison gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Es ist soweit. Wir spielen gegen die Kraichgauer. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Die Startaufstellung. Habt ihr jetzt noch nicht gesehen. Ihr seht da gleich natürlich erst. Gibt es Überraschungen? Werden unsere Neunzugänge spielen? Oder lassen wir die alten Eisen ran? Ich bin gespannt. Und ihr hoffentlich auch. Wir gehen rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Ab in die Saison 16-17. Ab geht's. Gegen die TSG. Willkommen im Kraichgau. Willkommen bei Dietmar Hopp im Wohnzimmer. Und willkommen bei der Partie TSG 1899 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund. Wir sind gespannt, wie die Saison startet. Wir haben viele mitgereisende Borussen natürlich heute wieder am Start. Es wird eine sehr, sehr spannende Partie. Wir müssen beweisen, dass wir zu Recht Meister geworden sind. Dass wir uns gut verstärkt haben. Und wie das Ganze aussieht, schauen wir uns natürlich direkt mal an. Die TSG mit Baumann. Kadaja, Beck, Scheer, Süle, Su, Schwegler, Amiri, Rudi, Vargas, Raul, Bobadilla und Jonathan Schmid. Das heißt, keine großen Änderungen abgesehen vom Paraguay her vorne in der Sturmspitze. Auf jeden Fall ein guter Neuzugang. Und jetzt schauen wir uns unsere Fans an. Und die sind natürlich die Pichter auf unsere Mannschaft zu sehen. Und diesem Wunsch wollen wir nachkommen. Im Tor. Was? Gar kein Neuzugang? Ihr habt richtig gesehen, kein einziger Neuzugang in der Startelf. Woran liegt das? Wir wollen unsere Leute zu lange... Ihr habt richtig gesehen. Kein einziger Neuzugang in der Startelf. Woran liegt das? Wir wollen unsere Neuzugänge natürlich langsam etablieren. Langsam ranführen an unsere Mannschaft. Und wir haben ja viele gute Spieler. Auch wenn Kaga eventuell noch gehen soll. Und deswegen können wir natürlich nicht alle einfach reinwerfen. Mal sehen, wie das im Laufe der Saison wird. Aber jetzt geht es erstmal so los. Gegen Dortmund. Gegen Hoffenheim. Mit Dortmund. Ein paar Sitzungen übrigens auf der Bank. Ist klar. Oxford verhindert hier die erste Chance. Der Kreichtgau. Und jetzt vielleicht mal mit einem Konter. Wir waren gerade eben schon mit Rodriguez einmal vorne. Aber der konnte die Chance nicht nutzen. Und hier kriegt er nur den Freistoß immerhin. Also nach vorne geht hier bisher noch absolut überhaupt. Nichts. Jetzt mal Lukaku auf Reus. Und der ist gestartet. Aber in der Mitte haben wir keinen Kopfballschlagen. Dann spielen wir kurz auf. Oh, Castro. Funktioniert nicht. Aber vielleicht durch den Eckball. Die ziehen wir raus auf die 16er Kante. Castro ist komplett alleine. Schlechte Ballannahme. Guter Schuss. Und die erste richtig dicke Chance für unseren BVB. Schade. Nächste Ecke nach außen. Baumann ist da. Und Lukaku rutscht vorbei. Ach, Mensch. Schön gemacht. Und Piszczek freigespielt. Wir sind in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Vielleicht die erste richtig dicke Chance. Flache Hereingabe. Oh, Lukaku rutscht vorbei. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Hätte ausgerechnet unser Top-Torjäger der vergangenen Saison hier direkt das 1 zu 0 gemacht. Aber noch ist es nicht vorbei. Kaga war nochmal auf. Ossiakoub. Abgewehrt von Baumann. Vielleicht jetzt Lukaku mit dem Kopf. Hätte vielleicht den Fuß nehmen sollen. Halbzeit. Also auf jeden Fall Luft nach oben. Wir müssen unser Potenzial offensiv mal ausschöpfen. Und dann das 1 zu 0 machen. Das wäre langsam wichtig. Volland war bisher leider gegen seine Ex-Fallen gar kein Faktor. Deswegen bringen wir jetzt Ousmane Dembélé auf rechte Außenbahn rein. So stark gespielt von Hoffenheim. Und dann ist es Gott sei Dank der Abschluss, der am Tor vorbeifliegt. Von dem weiß ich nicht. Oh, das war ein blöder Abstoß. Gott sei Dank ist Oxford da und spielt ihn direkt in den Fuß von Raul Bobadilla. Aber dessen Flanke landet bei Piszczek. Gott sei Dank. Zweiter Pfosten. Reus. Oh, joi, joi. Noch einmal Reus am Ball. Und es gibt einen Eckball. Schön gemacht auf jeden Fall. Kaga war rausgelegt auf die Außenbahn. Und da stand dann Piszczek mit der Flanke. Unser Kapitän ist er da sein. Momentan ich weiß es nicht. Und dann Reus mit dem Flug auf Ball. Und Baumann ist ganz knapp da. Oh, wunderbar. Kombiniert. Und jetzt ist Kagawa allein gegen Süle. Setzt sich durch. Und dann wird er gefoult. Es gibt aber keinen Freistoß, weil Kagawa einfach nur ein... Oh, totaler Schwächling ist. Und dann kommt fast Lukaku da an den Ball ran. Lukaku sollte ganz oft auf der linken Außenbahn, beziehungsweise auf den Außenbahnen beheimatet. Spielt jetzt den Ball auf Reus. Aha, der kann sich wieder nicht durchsetzen. Wir werden gleich nochmal wechseln. Wir werden gleich nochmal frische Kräfte bringen. Aber vorher vielleicht nochmal einmal einen Angriff hier live kommentiert. Lukaku, zieh mal ab mit rechts, Junge. Und jetzt... Ja, bitte. Nein. Also Baumann lässt irgendwie alles klatschen. Reus mit der Ballerröbung. Und Lukaku ist in der Mitte. Kommt er da ran? Nein, kommt er nicht. Schade. Aber vielleicht ist die Szene noch nicht vorbei. Ich hoffe ja immer drauf, dass wir noch einen Angriff zustande bekommen. Aber das ist hier leider nicht der Fall. Und jetzt gibt es das erste Debüt bei uns. Bei, ja, Hoffenheim geht Schmied raus. Und Zubar kommt ran. Und bei uns kommt der Farao, Hilfarao, Stefan El-Sharavi in die Partie. Und zwar für Cargava. Vielleicht nochmal mit seiner, ja, Dribbelstärke irgendwie eine Hoffnung oder Qualität, die wir brauchen hier. Oh, Dembélé macht das absolut Weltklasse. Jetzt muss nur einer in der Mitte stehen. Der muss das alleine machen. Der macht es alleine. Und direkt auf Baumann. Oh Mann. Dembélé ist so dribbelstark. Der Ball auf Reus. Reus! 1-0. 680. Spielminute. Führungstreffer für unseren BVB. Und das ist der Mann, der in der letzten Saison so lange gebraut hat, um endlich mal zu treffen nach Vorlage von Dembélé. Marco Reus rutscht da gerade rechtzeitig noch heran. Baumann chancenlos. Und es steht 1-0. Natürlich auch schlechtes Rauskommen vom Hintermann der Hoffenheim. Aber es ist mir egal. Denn wir führen gegen die TSG. Und das kurz vor Schluss. Besser kann es gar nicht laufen. Der BVB ist wieder an der Wettenspitze. Und passenderweise wechseln wir auch direkt nochmal aus und bringen einen weiteren Neuzugang. Dragovic nämlich für Ösja Kup. Der kann auch 6er. Und das muss er jetzt direkt mal beweisen mit seiner Körpergröße und Defensivstärke. Ja, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. El-Sharavi. Schön gemacht. Oh, da setzt er sich außen perfekt durch mit dem Roulette-Spin. Und dann mit der Ballrolle ein bisschen zu überheblich. Aber da ist ja noch einer. Und das ist doch nicht etwa Dragovic. Das ist doch nicht etwa. Das ist Dragovic. 2-0. Nachspielzeit. Alexander Dragovic. Innenverteidiger. Das ist wichtig anzumerken. Eingewechselt in der 87. Dein erstes Bundesliga-Tor. In der Nachspielzeit der ersten Partie. Was für eine Geschichte. Marco Reus war da nicht beteiligt, sondern Scharavi. Und dann ist es der Schweizer. Und es steht 2-0. Absolut herrlich. Und damit ist Feierabend hier in Sinsheim. Wir gewinnen mit 2-0 bei der TSG 1899 Hoffenheim. Durch späte Tore von Reus und Dragovic. Ganz, ganz starke Partie. Wir haben wenig zugelassen. Nein, die gar nichts zugelassen. Haben lange gebraucht. Aber im Endeffekt dann doch eiskalt zugeschlagen, als sie die Möglichkeit ergab. Wunderbar auf jeden Fall. Schön für Dragovic. Der hat sich natürlich damit direkt mal einen Namen gemacht. Müssen wir mal schauen, wie die nächsten Aufstellungen so aussehen. Ob er berücksichtigt wird. Aber das ist natürlich ein Argument. Für Hoffenheim kein schöner Saisonstart. Wir stehen wieder an der Tabellenspitze. Besser kann es also für uns gar nicht laufen. Und ich würde sagen, damit kann man auf jeden Fall leben. Und wir gehen mal zurück zum Transferfenster. Joa, die anderen Ergebnisse. Bayern nur 0-0 gegen Schalke. Stuttgart verliert gegen Mainz und Wolfsburg gewinnt gegen Bremen. Also eine richtig dicke Überraschung direkt zum Saisonbeginn. So, das erste Training der neuen Saison, seitdem sie läuft. Und wir haben direkt mal einen Upgrade bei Timo Horn auf 84. Sehr schön, er war die richtige Entscheidung, keine Frage. Oxfond mit einem C-Pass lag wieder mal mit einem A. Sieht ordentlich aus. Bojan hat sich gerade beschwert, dass er nicht spielt. Habe ich einen Spaß halber auf der Leihliste gesetzt. Und Liverpool sagt gerne. Machen wir das doch einfach mal, würde ich sagen. So, Freunde. Zweites Spiel gegen Stuttgart zu Hause im Signal-Juner-Park. Wir haben einige Änderungen in der Startelf. Zwar ein Never-Change-A-Winning-Team, aber hier doch mal. Badran-Hinfahrt dann für Rhys-Oxford. Darf mal debütieren. Mal sehen, was der so drauf hat. Dragovic spielt, wie gerade angekündigt, auf der 6. Position. Öster Kuba auf der 10. Karga war gar nicht mehr im Kader. Und dazu haben wir noch einen Castro im zentralen Mittelfeld. Auf der Bank diesmal erstmals Rode und Charanoglu. Charabi wieder auf der Bank. Ich bin gespannt, wie das jetzt laufen wird. Und ich würde sagen, wir springen rein. So, Freunde. Zweites Spiel. Stuttgart denkbar schlecht gestartet gegen Mainz. Mal sehen, wie es jetzt laufen wird gegen uns. Unsere Hauptstadt habt ihr gerade gesehen. Bei Stuttgart spielt der ehemalige Dortmunder Ramos. Und bei uns trifft Reus zum zweiten Mal in der Saison richtig stark. Batra verletzt sich. Was ist das denn? Lukaku trifft. Sehr schön. Damit hat er auch seine Schwelle wieder überbrochen. Dieses Song wollte ich gerade sagen. Ich denke, man muss auch einmal treffen, dann läuft es wieder. Aber Batra ist natürlich schlecht. Lukaku dann mit dem Doppelpack. Genauso will ich das sehen. Ich wollte eigentlich, dass der jetzt erstmal sich als Stammspieler etabliert vor Oxford. Aber so geht das natürlich eher nicht. Naja. Wir gewinnen 3-0. Der wird gar nicht erst ausgewechselt. Hoffentlich ist nichts Schlimmeres. Drei Tage. Ja gut, das ist okay. Moa ist nicht mehr vielversprechend. Wow. Dafür ist Jakub aber. Und deswegen trainieren wir den jetzt mal für Ben Yerda. Ne, für nicht für Ben Yerda. Für wen denn? Aber Ben Yerda steigt. Das wollte ich noch erreichen auf die 80. Für wen trainieren wir denn Jakub? Ach, für Pasla, genau. Wir haben ja wieder Angebote. Für Mustafi 40 Millionen von meinem Herzverein Newcastle. Wow. Newcastle, was wir natürlich absolut abschmettern werden. Mit 110 Millionen überfordern. Und für Gonzalo Castro von Athletic Bilbao. Ihr habt euch übrigens letztendlich dann doch dafür entschieden, dass ich ihn verkaufen soll. Beziehungsweise habt dann in der Abstimmung doch noch irgendwie umgeschwenkt. Und deswegen sage ich 30 Millionen, dann können sie ihn haben. Wir sind am nächsten Spieltag nebenbei bemerkt. Hat Bilbao abgelehnt. Die konnten sich Castro nicht leisten. Dementsprechend ist er jetzt weiter dabei. Wir spielen jetzt gegen Augsburg. Und ich mache mal eben den Kader fertig. Na ja gut, was heißt ich mache einen Kader fertig? Im Endeffekt ändern wir nichts, abgesehen von der Bank ein bisschen. Weil Ben Yerda raufrutscht. Und ich glaube noch irgendwer vielleicht auch nicht. Ja, aber sonst lassen wir es so. Das erste Auswärtsspiel. Ja, Augsburg gestartet mit einem 2-1 gegen Darmstadt. Dann 0-2 gegen Mainz 0-5. Bin gespannt, wie das jetzt laufen wird. Wir spielen gegen die im 4-2-3-1. Und nach sechs Minuten kriegen wir schon mal die gelbe Karte, was natürlich nicht schön ist. Spielen vorne mit Durditsch. Und Österkup macht das 1-0. Wir haben schon wieder ein sehr schönes Spektrum an Spielern, die treffen. Das gefällt mir. Sehr, sehr schön unser neuer 10er. Der, na ja, eventuell noch ersetzt wird. Mal sehen. So, Volland kommt für Lukaku. Was? Das ist ein bisschen früh eigentlich. Aber gut. Parker kommt für S2. Reus macht das 2-0. Bereits sein drittes Saisontor im dritten Spiel. Sehr, sehr nice. Oxford kommt für Bratra. Auch schön. Dann kriegt der Spielpraxis und der gewinnt schon wieder zu 0. Und haben jetzt nach drei Spielen 7-0 Tore und 9 Punkte. Also besser geht es gar nicht. Hashtag herrlich. Und damit gehen wir wieder ins Training und schauen mal, was hierbei rumkommen wird. Und auch das ist Hashtag herrlich. Denn er ist ja Kuppert ein A, auch wenn man ja dann F hat. Aber er steigt im Abschluss, äh im Stellungsspiel. Und deswegen werden wir ihn gleich rauskicken und dann mal, ich weiß nicht, wer trainiert. Und wir haben Angebote. Sven Manni-Bänder, den ich nicht verkaufen möchte. Aber Sanitär möchte ihn haben und für, das wird spannend, Marco Reus. Sevilla möchte 59 Millionen für ihn bezahlen. Aber ihr seht schon, 86 kann ich fordern. Ich fordere mal 129. Den will ich auf keinen Fall verkaufen. Ich gebe auch mal ein Angebot ab. Und zwar für Oscar de Marcos. Und zwar Ginter und 10 Millionen. Mal sehen, was sie da zu sagen haben. Bei Berlin gebe ich mal nur Ginter für Weiser. Sanitär würde 20 Millionen für Bänder berappen. Aber das ist mir auch zu wenig. Ich würde sagen, 30 ist das absolute Minimum. Etwas überdoppelter Marktwert. Und Sevilla sagt 60 Millionen für Reus. Da sage ich nö. Gut, Hertha ist nicht interessiert an Ginter. Wir machen mal eine Million und Ginter. Vielleicht wird es dann besser. Und Atletico will 20 Millionen und Ginter. Oder 22 sogar. Wir sagen mal 15 und Ginter. Als äußerste Gefühl, weil mehr können wir uns nicht leisten. Gut, wir können uns mehr leisten. Aber wir warten erstmal ab, was ihr jetzt in den Kommentaren schreibt. Denn wir sind auf Transfer Deadland Day und damit am Ende dieser Episode angekommen. Wenn es euch gefallen hat, heute diese ersten drei Siege dieser Episode, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben. Da würde mich tierisch überfreuen. 1000 Likes, wie gesagt, wären richtig, richtig nice. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Instagram, IG Volt und Twitter alles auschecken. Und bis dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns bei der nächsten Episode des BVB Karrieremodus wieder. Macht's gut, haut rein und ciao.